Hilfe! Okay, nein! Ich hab natürlich jetzt kein... Ah doch, jetzt hab ich ne Taschenlampe. Okay. Jetzt bin ich in diesem Baum drin, oder was? Okay. Ähm, Bullet? Ähm... Das ist nicht so schön. Nein! Oh, nee! Hallo! Was ist das? Fabian? Ja, ich find die auch nicht so geil. Nee, ich will nicht zu der hingehen. Hallo? Ich seh nix. Oh, nö. Ich find das gar nicht schön. Ich seh nix. Hallo? Wo ist dieser Hund hin? Hund, verlass mich doch nicht. Muss ich rennen? Wow. Bullet? Hund. Ich find's gar nicht schön hier, ne? Noch ein Foto. Oh Gott. Das ist mal kein Name drauf. Lukas. Auf der Rückseite. Auch neu. Und interessant. Wo ist sie? Alter, wer war das? Where's that dog? Ach du Scheiße, was ist das? Ich will hier nicht weitergehen. Ach du Scheiße. Oh nein. Scheiße. Ach du Scheiße. Hilfe. Ich. Das ist grad richtig stressig. Wird das grad jemand auch so stressig wie ich, oder? Oder bin nur ich das? Hilfe. Man sieht gar nix. Und dieser scheiß Hund. Kriegt der nicht normalerweise einen Anfall, wenn der Hund nicht da ist? Also, irgendwie so? Ey, ne. Kann ich auch einfach wieder zurückgehen? Sollte das nicht möglich sein? Man weiß es nicht. Oh, ich hab voll Schiss, dass ich gleich diese Hexe hier sehe. Die mir gleich einfach richtig in die Fresse springt. Ich hab doch eine Nachricht, Sprachnachricht. Ich hab doch eine Nachricht, Sprachnachricht. Wie, wie mach ich das? Ähm. Überlauf. Hallo. Ich möchte diese Sprachnachricht abspielen. Wie geht das? Kann ich wen anrufen? Anruf verlaufen, Nachrichten, Telefon hoch. Alon. Was sind die Kontakte? Spiele. Ja, ich spiel jetzt einfach eine Runde Cobra Masters. Weil ich ja sonst nichts Besseres zu tun hab. Oh, diese Tür, ne, bei mir. Diese alten Türen. Und der Wind. Äh. Testen stummstellen. Ja. Das nervt mich nämlich grad ein bisschen. So, ich würd' jetzt nur gern wissen, wie ich, äh, diese Nachricht abspiele. Sprachnachricht nicht. Sp- Ich weiß nicht, wie ich... Okay. Was, was, was denn für ne Vernunft? Dass ich jetzt ihr entgegen, äh, laufe oder was? Der arme Hund. Oh, diese Äste. Und ich denk' die ganze Zeit, das wären so Arme oder Finger. Ist die das da oben? Was ist das? Äh, ne, ich will da nicht hin. Hallo? Fuckin' Sprachnachricht. Wie geht das? Wie kommt man auf die Mailbox hier? Sprachnachricht. Okay, ich kann das nicht abspielen. Hm. Okay. Ich muss, ich muss da hin. Ich dring' eben flug. Warte. Okay. Oh, scheiße. Oh, mein, Alice. Forever mine. Okay, nein. Shit. Oh. Yeah. Oh, je. Off the record, Alice. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun, you told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? No, you know what happened. This is all I know. Adam Shannon. Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet, I felt there was something I had to do. Had to. I couldn't. I'm sorry about it. Ich habe gerade die Heizung angewacht. Hä? Jetzt bin ich wieder da, oder was? No. Sheet. Verdammt. Aber es ist nicht mehr so dunkel. Das ist eigentlich ganz gut, oder? Okay. Ist noch so ein Flüsterding. Da. Weg damit. Der Marius. Aha. Ich glaube, wir sind einfach schon echt... lange in diesem Wald. Sind wir, die sind geschmützend? Okay. Weiß man auch noch nicht, was das werden wird hier, ne? So, lesen wir doch mal. Die Angst, die Monster zu vergessen. Von Todd McKinnon. Mein Vater, Theodore McKinnon, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft zu dem Sägewerk in Black Hills Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort lebten. Nach knapp 40 Jahren bin ich in diesem Ort zurückgekehrt. Es sah noch immer genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung gehabt hatte, mit Ausnahme seiner beunruhigenden Leere. Niemand war mehr da, um Geschichten über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die die Geschichten hätten weitergeben können. Das Holzunternehmen existierte nicht mehr und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit gerät. Nicht, bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht, bevor ich herausfinden würde, was mein Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. Okay. Das gibt einem doch immer ein sehr gutes Gefühl, wenn man, nun ja, solche Briefe findet, ne? So, ich werde jetzt eben die letzte Kassette mir anschauen. Okay, wo ist das denn? So ein Stein und dann hat er den Stein umgeworfen. Vor so einem dicken Baum, der so Kratzer hat, ne? Okay. Aber da ist jetzt wieder die Schaufel, ne? Aber hier ist es nicht. Ist eigentlich ganz gut, dass wir uns hier nochmal umschauen können. Es müsste jetzt ja auch ein bisschen anders aussehen, oder? Ey, lass mich hoch. Ich meine, hier haben wir ja damals hier oben ein Foto gefunden. Hier können wir wieder runter. Und das war auch so, dass wir immer ständig nachher in diesem Zeltplatz gelandet sind. Ich geh jetzt einfach mal hier so lang und guck mal, was dann kommt. Vielleicht landen wir ja dann auch immer wieder in diesem Zeltplatz. Das kann natürlich auch sein. Wir müssen auf jeden Fall dieses Ding finden. Was will er? Was gibt's? Und? Nicht hier lang? Warum bleibt er da stehen? Soll ich hier nicht weiter? Möchtest du ja nicht mit? Das ist ja irgendwie schon verdichtig, ne? Nein, jetzt bin ich wieder hier. Okay, ähm... Das ist echt doof. Ist das dieser... Ich glaub nicht, dass das der Baum hier war. Aber der kommt mir irgendwie neu vor. Den hab ich halt im Dunkeln nicht gesehen, ne? Vielleicht ist das hier. Ah, guck mal. Ja, bin ich auch dafür. Hat er das nicht... Okay. Okay. What you got there, Bullitt? The Tappy East Creek Timber Company. Okay. Wait. I've seen this logo before. It's where landing was going. That's worth a shot. Maybe we'll finally get some answers. Okay. So, ich wollte aber eben mit der Kamera diese Schaufel. Möchte diese Schaufel jetzt nicht hier sein? Okay. Das ist irgendwie seltsam. X. Hä? Guck mal, es ist umgeworfen. Hm. Naja. Ich folge mal dem Hund, bevor er die Ferti wieder verliert. Was ist das? Ehrlich? Wer ist denn das? Hm. Es wird wieder sehr dunkel. Boah, das sieht irgendwie schön aus. Das wäre echt, glaube ich, ein schönes Erlebnis, wenn das nicht alles so mega abgefuckt wird. Kanalwechsel. Hallo? Ach so, ich kann ja noch eben die Sprachnachrichten mal nachgucken, oder? Ich hab, nee, ich hab immer noch kein Signal. Was will er? Hä? Noch ein Hund, oder was? Probe ich ihn jetzt? Weil er hat ja was gefunden, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Hä? Wo ist die Musik hin? Komm mal weg. Hä? Naja. Gehen wir mal hier weiter und dann sehen wir fliegen, wie wir ein paar... Ähm. Wie, er ist nicht echt? Versuch doch mal. Hallo? Anybody there? Anyone? Hm. Es gibt drei Kanäle. Das scheint mir auch nicht alles ganz, äh, mit rechten Dingen hier abzulaufen. Sieht nicht sehr echt aus. Was ist das, Junge? Ist etwas falsch? So, das, äh, war's wieder mit der Folge. Sehe ich. Ich muss echt mal gucken, dass ich nicht, ähm, zu lange mache. Ja. Deswegen, bis zum nächsten Mal.